Könnt ihr erraten, wer die Eltern von diesem Kind sind? Heute, Disney Edition. Ich bin mir sicher, heute schafft ihr es alle. Die Mama könnte sein, Belle von Die Schöne und das Biest, Mulan, Merida oder Rapunzel. Und der Vater könnte sein, Hercules, Christopher von Frozen, Maui von Moana oder Aladin. Und das ist jetzt ihr Säugling. Ich finde, man erkennt sie erst schon richtig gut. Eine richtig gute Mischung aus beiden Eltern. Und das Outfit hat sie definitiv von ihrem Vater. Das ist sie als Kleinkind, Augen 100% ihre Mutter und auch die Haare. Wie cool ist bitte dieser Sim. Aber bei den Eltern kann nur ein cooler Sim rauskommen. So sieht sie dann als Teenager aus. Okay, und falls ihr es jetzt noch nicht wisst, ich gebe euch jetzt noch zwei Tipps. Und zwar anhand von Merkmalen. Die Mutter ist definitiv abenteuerlustig und der Vater ist ein Kind des Meeres, aber...